Kaum bin ich aus dem Urlaub zurück und gerade mal zwei Tage haut es mich auch erst mal gleich wieder in die Alpen. Und ja, ich habe endlich mal wieder Schnee. Und ja, wir sind heute unterwegs wieder mit der Gruppe im Montafon-Gebirge Vorarlberg. Gehen heute zu Lindauer Hütten auf, schauen, dass wir morgen runterrodeln und erst mal wieder ganz gemütlich reinkommen. Hast du keine Angst? Das war's. 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 Und hier gibt es, es gibt hier auf jeden Fall Sauna, richtig abgefahren, es ist wie ein Hotel hier. Drei Stockwerke, Waschraum, Dusche, alles, also richtig nobel hier oben. Oh, keine Ahnung, wie hoch sind wir eigentlich? Wie hoch sind wir hier? 1800. 1800. Ja, passt auf jeden Fall, richtig geil, machen wir einen schönen Abend, haben schon coole Leute getroffen, die mit dem Snowball draufgelaufen sind. Die quatschen wir gleich an und gehen noch in den Sauna und geil. Ja, passt auf jeden Fall. Oh, was machen wir? 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 Okay. 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 Woo! Musik Musik